Ich fand's super. Ich wäre am liebsten aufgesprochen und wäre die ganze Zeit umgelaufen. Die Kostüme sind 1A, weil die mit der Entwicklung der Charaktere abgestimmt sind. Die ganzen Federn und alles. Die Stimmen, die haben eine wahnsinnig tolle Stimmen. Und es ist echt super. Ist natürlich sexy. Also... Guter Termin für zu zweit. Für alle, da ist für jeden was dabei.